Musik Also wir sind Anja und Clara und wir machen Urlaub auf Amrum. Wir machen jedes Jahr einmal Urlaub auf Amrum, weil wir das hier so toll finden, weil wir die Natur hier so toll finden, wir hier toll Fahrrad fahren können, Tiere beobachten, schwimmen. Wir haben auch schon angeschwommen. Wir waren in der Nordsee, war ganz toll. Ja, suchen hier Muscheln und freuen uns einfach hier zu sein. Wir leben auch sowieso an der Nordsee, weil wir aus Husum kommen. Wir machen aber trotzdem auch noch an der Nordsee Urlaub, weil es hier so schön ist. Muschelnkrebse, Wattwürmer, Algen. Ja, ganz viele Tiere kann man da, finde ich, sehen. Witzig. Wie ein Schlammbad halten. Kann sich auch damit beschmeißen. Und dann gibt es ja Gott sei Dank Duschen, die überall stehen, wo man sich dann wieder abbrausen kann. Ich bin einmal in Papas Stapfen im Bad gelaufen, dann ist Papa auf so eine Muschel getreten und die spuckt aber Wasser an, dann hat sie sich aufgeladen und als ich darauf getreten bin, habe ich alles ins Gesicht gekriegt. Also mir gefällt die Landschaft am besten. Mir gefällt am besten, wenn wir dann an der Nordseeseite sind, ich dann die Nordsee sehe und die Weite sehe. Das finde ich ganz toll, da geht mir das Herz auf. Also weil wir von hierher kommen aus Nordfriesland, sind wir total stolz darauf, dass das Weltnaturerbe ist und wir hoffen, dass das auch ganz lange erhalten bleibt und dass die Leute sich so verhalten, dass es auch immer Weltnaturerbe bleiben kann und sie das achten, dass es Weltnaturerbe ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!